Ah, die Vorahnung. Der Arme, ganz allein. Tausendmal gruseliger. Da ist sich, da ist sich jetzt zusammen, B-Boy. Komm schon, sei ein Mann. Okay, du magst das. Mutiger Bro. Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Man of Medan. Heute spielen wir ihn, das freut mich, der Brett. Die Namen. Alex war der Freund, zusammen mit der Julia, genau. Und Conrad kann man sich merken, weil der ist ein prägsamer Typ. Und Fliss ist die Kapitänin. Und die mögen uns alle mehr als ursprünglich. Können wir auch die Richtung gehen? Warum sind die alle barfuß? Wenn ich er wäre, hätte ich mir sowieso noch schneller diesen versteckten Kasten Bier rausgeholt und wenigstens eineinhalb getrunken, weil ich ein bisschen mutiger bin. So, wir laufen da lang. Und gucken, ob wir durchkommen. Tür auf. Was kannst du eigentlich? Dann noch in die andere Richtung. Los, 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 los. Jetzt letzte Hoffnung, weil die anderen wissen gar nicht, dass er mit auf dem Boot war. Das heißt, wenn er es gut einstellt, kann er die jetzt überraschen und alle retten. Was bestimmt funktionieren wird. Oder er macht jetzt hier Lara Croft und springt richtig weit. Das tut er nicht. Okay. Wir gehen da lang. Barfuß. Jetzt können wir das lesen, gell? Naja, hat's weggekippt. Alles klar. Das ist nicht gut. Mutiger kleiner Kerl. Wetten die sich gerade auch nicht auf, aber ich will nur einfach mal gucken. Vielleicht entdecken wir ja irgendwas richtig cooles. Ein Messer zum Beispiel, ne? Vor allem haben wir ein Messer gefunden. Das hätten wir ja gar nicht gefunden. Hätte ich gut genug gesucht. Los. Nice. Ein weiterer Weg. Gift. Na gut, lass gut. Wir probieren's. Ein anderer Weg. Grünes Gift. Türe? Ist versperrt. Was soll'n? Lecker. Oh Gott. Ein Massentod. Vierter der Division. Der General sogar. Der General. Und das sind wohl seine Privates. Die hatten wohl alle den gleichen Eindruck von dem, was sie sehen. Da war keiner mutiger als der andere. Aber wär' ich bestimmt auch nicht gewesen. Fragie. Hallo? Alles gut, alles gut. Das bin nur ich. Äh, was ist, wenn wir... Lauf durch, du Arsch! Komm schon, hopp, hopp. Alter. Da lang gehen. Bis sich mal so hinstellt, so bevor er aufmacht. Okay, was ist hier? Was zum Lesen. Eine publikierte Karte. Mit der Aufschrift. Huah! Äh, Streit... Streit in Crew. Aufgelöst durch... Ah, okay, das war's. Genau das gleiche. Bitte Anweisungen. Gewalt bereitet sich... Äh, Crew... Es breitet sich Gewalt aus. Mhm. Dann doch, lieber da lang. Aber ja, die haben alle langsam Schiss bekommen. Und dass sie sich nicht ablenken konnten, dass es keinen Spaß auf dem Boot gab, wurden die langsam alle wahnsinnig. Aber aus gutem Grund, ja auch, ne? Weiter geht's! Alles gut. Wir haben Taschen... Wir haben ja Taschenlampe. Oh... War ja auch gar nicht leise. Oh... Was? Jetzt reicht's mir! Äh, war das... Ähm... Das sah aus wie ne Maske. Das sah überhaupt nicht echt aus, irgendwie. Was war das da eben? Halt! Stopp! Jetzt rede ich. Müssen wir mal zurückgehen, weil wir hatten doch den Weg hier drüben noch. No smoking area. Das ist gut. Da geh ich hin. Achso, weil hier... Das nachgucken, was das war. Und... Jetzt halt mal die Luft an! Wurde das Drehbuch hier drin für... Für... Für Stephen King geschrieben... Von Stephen King geschrieben? Die Füße kenn' ich doch. Warte, was denn denn hier? Ich hoffe nicht. Warte, was denn denn hier? Ich hatte das Gefühl, das wäre aber eigentlich unsere... Freundin gewesen. Wir schauen noch mal nach. Diesmal kann... B-Boy, komm schon! Diesmal kein Blut. Können wir da uns Vorahnungen holen? Nee, leider nicht. Wie sieht's hier so aus? Leider auch nicht. Okay, dann lassen wir wieder rausgehen. Aber wir hatten einen coolen Schockmoment. Ist doch auch nice. Dann war das wohl nur dafür da. Aber letztendlich ist ja der Content des Spiels. Also... Gut, dass wir nachgeschaut haben. Hätten wir was verpasst. Schnell, 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 schnell... Kanzler! Was ist denn das? Und? Material, Anforderungsformular, Menge, Beschreibung... Aus einem Atemgerät... Ein Filter... Oh, die wollten was... Abgelehnt, warum? Abgelehnt, weil... Grund, Ablehnung... Bei Robert Jung wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Er wollte noch eine haben. Warum wollte er noch eine Gasmaske, wenn er schon eine hat? Hmm... Das sieht's... Hmm... Coole Plakate. Muss ne... Erstaunlich gute Band sein. Jetzt schauen wir mal, was hier oben ist. Vielleicht sind sie hier durch. Äh... Ich weiß ja nicht. Ich brauche was, um da hochzukommen. Okay. Wir hatten aus der Kiste zum Schieben, oder? Wo wusste ich das? Ähm... X? An der Kiste? Nein? Okay, dann gucken wir uns den Raum hier an. Wow, das war knapp. Hätten wir nicht durchgekonnt, eventuell. Hätten wir das hier nicht gefunden. Und darauf steht? Tom, wenn du rauskommst, geht es auf deine Kappe. Sieh zu, dass... Es erledigt wird. An den Särgen sind Schlösser anzubringen, sobald sie in der Wasseraufbereitungsanlage sichergestellt werden. Die Särge unterliegen der Geheimhaltung. Sie müssen rund um die Uhr eingeschlossen und bewacht werden. Kein Mitglied ihrer Einheit darf Zugang zu ihnen erhalten. Haben sie aber leider. Und, da wird es halt eingeschlagen. Okay, das heißt, die Särge waren scheinbar irgendwie gefährlich. Warum auch immer. Das finden wir noch raus. So, darf ich jetzt? Die Kiste... Ach, den Stuhl! Keine Kiste, der Stuhl ist die Antwort. Oder? Nein? Ich würde den Stuhl nehmen. Dann, dann, dann nicht. Dann, dann nehmen wir den... Dann nehmen wir die Kiste, komm. Los geht's. Auf geht's! Vorwärts! Also, ich bin ja auch ein Nerd. Aber trotzdem kann ich so eine Kiste schieben, ohne zu stöhnen. Los geht's! Mhm. Wieder drei Millionen Wege, aber da lang geht's nicht. Jetzt können wir nur da lang laufen. Alex? Julia? Hallo? Hallo? Ich gehe da zuerst lang. Mit der Hoffnung, dass das nicht der richtige Weg ist. Warum geht's immer über lang? Der andere Weg! Nein! Nein! Wo sind denn wir jetzt? Okay. Ist ja aus der erste Raum jetzt. Wenn ich kon... Ich bin bereit nach wie vor. Dacht schon... Wer ist er? Wer ist er? Verschwindet! Uhrhohohohohoh... Gleich springtnd Pennyweiss irgendwo raus. Da ist das erste Mal, time to float. Bjo... Dude da ihn ist nix... Aaa! Nein! Nein! Ich höre das nicht! Ich höre das nicht! Oh, wir können runter springen! Oh Junge! Oh Junge! Was macht denn der für eine Lacher, Croft-Action? Oh Junge! Okay, wir sind wieder gewechselt. Da ist wohl... Da geht's nicht durch, haben wir schon im Film gesehen. Ist sonst noch irgendwas hier cooles? Ne, wir müssen in die Richtung weiter. Hm hm. Sag ja Ghost Trip. Wir haben wann gesagt? Was geht hier vor sich? Ein... Das... Patronenhülse? Wurde geballert? Ist das was cooles? Ich kann nicht mal reingucken in die Ecke. Ist da irgendwas? Ich lau'ch kurz mal rum und rum. Ne, da ist nichts. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Nein, 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 nein 2.48 Uhr, ihr wisst ja um 3 Uhr, ist laut YouTube Geisterstunde. Oh, voll stylisch hier. Das ist wie Ghostchip, habt ihr den Film Ghostchip mal gesehen? Das ist auch so, dass die auf dem Schiff sind und dann wechselt manchmal das kaputte Schiff hier zu einem modernen Schiff, weil es da nur Einbildung ist und weil sind sie immer noch auf dem kaputten. Werden sie sich davon inspiriert und hübsch, okay, das ist deutlich angenehmer, das stimmt. Oh, ein Tagebuch, lass mal reingucken. Das ist so ein anderes Tagebuch. Wisset um die Bedeutung für den Magnus und für das spirituelle Wohlgehen seiner Jünger, dass vor dem Fest von Akrammari ihr das Ritual von irgendwas abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabel die Dämonen und böse Geister. Was, redet deutsch, schweigend mögen die Kabel sich versammeln, Kabale sich versammeln, aus fünf soll sie bestehen. Fünf, so wegen einem Pentagramm. Fünf von reinen Geist und Körper. Ey, wir sind fünf. Wie passend. Drei weiblich und zwei männlich. Das geht aber nicht auf. Aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen soll sie vortreten, deswegen wollen die uns haben. Das Pentagramm nun zeichnen, um an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Ein, deswegen wollen die uns, deswegen wusste ich uns, dass irgendwas in der Richtung ist, eine Jungfer, der sie ihre Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Jungfer? Nun erhebe die Versammlung mit dem Jungfer, der männliche Jungfer, mit dem Schwert in der Hand voll in Brunst ihrer Stimme zu der Aufruf des Soras, wie sie steht, geschrieben, wir fünf an jedem Ende stehen, doch können aneinander die Hände reichen. Auf ewig die fünf Spitzen von Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach rechts und zeichnet mit dem Schwert das Unikurs-Amulett von B-Wa-Or und rufet, an fünf Spitzen wir glauben. Was ist denn das für eine kragische Scheiße? Wendet euch nach Süden, stoßt das Schwert voran und proklamiert mit fester Stimme, die fünf Spitzen wir dienen. Wendet euch um 99 Grad nach rechts, zeichnet mit dem Schwert, blablabla, heilige Symbole letzten Siegels, bevor die Art Nummer spricht, genau, die fünf Spitzen wir bieten, wendet euch nun nach Norden, stoßt das Schwert voran und ruft mit Überzeugung, den fünf Spitzen wir opfern. Also genau, also an sich ist es, wir vom Spitzen, wir glauben, wir dienen, wir beten, wir opfern. Glauben, dienen, beten, opfern. Okay, merke ich mir mal, vielleicht brauchen wir es etwas später. Glauben, dienen, opfern, schon vergessen. So, warte jetzt. Aber warte, die brauchen uns für das Ritual, das ist die Idee gewesen, die wollen nicht das Boot, die wollen kein Geld, oder eigentlich wollten sie doch Geld. Ach, keine Ahnung, ich bin überfragt. Da gäbe es eine Tür zum weiterlich laufen, aber wir gucken ganz kurz uns nochmal um, ob wir irgendwas cooles finden, wie das hier zum Beispiel, zwei Klickzackgegenstände. Einmal ein... Ist das eine Wand, oder was? Ich komme nicht durch. Die Sersia... Ja, das ist eine Wand tatsächlich gewesen, hab ich nicht gesehen. Los geht's! Ein Pentagramm. Da wollte ich mal wer das Ritual machen eventuell, keine Ahnung. Und hier ist ein Blutbecken, oder was? Okidoki, alles klar. Sonst noch irgendwas cooles zu finden hier? Jetzt kommt noch dieses... Oh, können wir auch so ein Klavier was spielen? Kann ich außen rum? Ne, kann ich nicht. Ärgerlich. Hm. Okay, ich muss noch einmal ganz außen rum. Na gut, aber ich würde schon gerne mal das Klavier angucken, weil eventuell können wir da auch noch was tun. Das wäre doch schade, wenn man ein Klavier einbaut und das ist absolut nicht funktionsfähig. Ja! Drück! Wunderschön. Ich kann gut spielen, die Frau, die weiß nicht was macht. Oh! Ah! 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 Gut, dann würde ich sagen, bahnen wir uns einen Weg auf die Tanzfläche und tanzen mal ein bisschen, oder? Geht das? Ja, das geht. Und bewegen wir uns da rein. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Wo ist ihr Messer? Ach, da hinten in der Hosentasche. Da, wo es leicht raus ist. Komm schon, Fliss. Nicht den Kopf verlieren. Ein Schalter. Lecker. Okay, Moment. War noch was im Raum drin? Ja. Eine Vorahnung. Ich hoffe, jetzt hier verkackt noch nicht so wie in Detroit Become Human. Ich habe in Detroit nicht verkackt. Ich habe das voll gut gespielt. Das war nicht das optimalste Ende, aber schon ein sehr gutes Ende. Bei mir haben alle gelebt am Ende. Gut, beim ersten Durchlaufen nicht, aber beim zweiten dann schon. Okay. Hier stimmt was nicht. Ich verkacke nie. So. Außerdem müssen wir Horrorspielen, da wollen wir noch ein paar Tote sehen, oder nicht? Ein Sarg. Hier stimmt was nicht. Die Frau ist auch so genial. Ist hier irgendwas cooles? Ne, wir gucken uns erst mal den Sarg an. Gleich auf die vollen. Hä, was, was, was? Was passiert hier? Er war doch gerade noch am Sarg. Äh, ich mach mal. Oh, der ist nicht angreifbar. Okay. Das war Brett. Ich bin auch grad voll so Kapuzen-Typ, aber wenn's Brett wär, dann selber schuld, das geht ja auch so langsam und still auf jemanden zu. Und sagt dann beim zweiten Mal, zweimal zuschlagen nicht. Drei Füße? Ich muss das gesund für die Augen sein, wenn man so ein altes Wasser rumschwimmt. Los, kann ich jetzt hier sterben? Oh Gott, was war das? X. Hä? Hä? Das ist derselbe Typ in unserem Medaillon? Da ist sie drauf. WTF? Träumt sie? Jetzt fallen mal nach. Zwei Mal dasselbe? Zwei Mal dasselbe? Was? Bist du... Ist er der Richtige jetzt oder nicht? Ich hab's nicht ganz kapiert. Boah, ich dreh durch hier. Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Biss! Biss! Weg hier! Warum hat sie eigentlich ihr Shirt hochgebunden? Ist es dann in nem Schiff zu warm oder warum macht sie das? Oder ist das nur, um den Bauch zu zeigen im Spiel? Oh. Oh. Oh.